Sie sind hier, 1. September 2018, 18.28 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Adrian Fein, L. spielt künftig für Jan Regensburg, Urheberrecht, Getty Images der FC Bayern gibt zum Abschluss der Transferperiode noch ein Talent ab. Zweitligist Jan Regensburg leitet einen U20-Nationalspieler aus. Rekordmeister Bayern München hat U20-Nationalspieler Adrian Fein an den Zweitligisten Jan Regensburg verliehen. Wie die Regensburger am Samstag mitteilten, verständigte sich Jan kurz vor dem Ablauf der Sommertransferperiode mit den Bayern auf eine Laie für die laufende Spielzeit. Mit Adrian Fein gewinnen wir einen hoch veranlagten jungen Spieler hinzu, dem bei entsprechender Weiterentwicklung die Zukunft gehören kann, sagte Geschäftsführer Christian Keller. Fein schloss sich bereits im Jahr 2007 dem Nachwuchs des FC Bayern an und durchlief dessen komplette Jugendabteilung. Aktuell gehört er dem Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft an und unterschrieb im Sommer seinen ersten Profi-Vertrag bis 2021 beim FC Bayern. Untertitelung des Zweitligist Jan Regensburg leitet einen U20-Nationalmannschaft an und unterschrieb im Sommer seinen ersten Profi-Vertrag bis 2021 beim FC Bayern.